moin jungs na hi baby ich kenne mal wieder da und erinnert so komischen licht das hat einen grund ich werde heute und wahrscheinlich auch die nächsten tage ein bisschen auf twitch unterwegs sein ich habe mir da mal einen kanal gemacht weil in der letzten zeit zocke ich viel und den rest würde ich sagen gucken wir uns auf twitch an ist auch alles unten in der video beschreibung ich denke mal heute ist ja freitag ich denke mal so 19 30 bis 21 uhr werden wir ungefähr live sein auf twitch schaut vorbei wie gesagt unten in der video beschreibung mache ich einen link rein zum twitch kanal ansonsten können wir noch mal kurz angucken wie ihr mich findet so wie immer und so wie überall natürlich unter dem namen turbo einfach turbo eingeben und dann geht das los und daher hoffe ich ihr kommt und wir sehen uns wie gesagt ich will das jetzt ein bisschen öfter machen auch mit streaming ich habe mir jetzt auch dazu entschlossen das auf twitch auszuprobieren weil ich glaube dass dieses gaming für meinen youtube kanal nicht ganz so passend ist daher twitch topro easy going